Nummer 3. Das nahtlose Hemd ist ein technisches und funktionelles Thermohemd, das maximalen Komfort bei allen sportlichen Aktivitäten garantiert. Es ist Ökotex zertifiziert und besteht aus atmungsaktivem und sehr dehnbarem Material, das maximale Bewegungsfreiheit garantiert. Es bietet eine perfekte Passform. Der technische Stoff ist sehr dehnbar. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Bei diesem Hemd ist der einzigartige Air Conditioning Channel im Brustbereich ein wichtiger Teil des Klimakanalsystems. Studien zur menschlichen Physiologie haben gezeigt, dass der Brustbereich eine optimale Zone für eine effektive und schnelle Klimaregulierung ist. Ohne dass sich der Eindruck von Kälte im Körper ausbreitet, hat der Austausch von Frischluft durch dieses Kanalsystem im Brustbereich eine kühlende Wirkung. Durch die ständige Luftbewegung entlang des Klimakanals wird den Schweißzonen effektiv Feuchtigkeit entzogen und nach außen transportiert. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Dieses Thermohemd bietet effektive Wärmeregulierung und außergewöhnlichen Komfort. Für eine gezielte Wirkung sind die Funktionszonen in dem hochdichten Gestrick präzise positioniert. Es bietet den maximalen Komfort der Apani Merino Premium Faser für einen entscheidenden Leistungsvorteil, auch bei extrem kalten Bedingungen. Das patentierte 3D-Bionics 4-System mit Thermosiphon-Technologie ist leistungsfähiger denn je. Komplexe 3D-Strukturen und y-förmige Elemente maximieren den Luftaustausch, kühlen, wenn sie schwitzen, und wärmen, wenn es kalt ist. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.